Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleiben im Raum, Keiter, Jörg, Krips und Pankow. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt Sie? Dass Sie es wagen, Sie meinen Befehl zu widersetzen! So weit ist das einfach gekommen. Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar hier ist es! Die gesamte Generalität ist nichts weiteres ein Haufen niederfrechtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Nicht als Feiglinge! Verbrechern, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmeißen des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang ist das Militärmalaraktion im Loppe hielt! Es hat mich jeden nur als wittlichen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan! Ich hätte gut daran getan, dass die Soldaten in den Weg gelegt haben!